Die haben nicht gelernt, selbstbestimmt zu planen in der Zukunft, selbstbestimmt zu lernen, sich Freiheiten zu erarbeiten, die Deutschland nochmal bietet. Und ich mache mir einfach Sorgen, dass diese Menschen irgendwann so ein soziales Problem werden. Und das muss ja nicht sein. Naja, als sie meinte, wir schaffen das, habe ich einige verstanden, die Regierung ganz so machen. Aber man muss es so verstehen, wir zusammen schaffen. Baby, alles gut? Guck mal, ich hab was für dein Baby. Guck mal, gefällt es dir? Alles gut. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Das brauchen wir nicht. Okay, das bitte zum Müll. Ich verstehe. Kolumbien? Ich versuche, sie so ein bisschen abzulenken von aller Tristesse. Im Heim ist es auch grau, es ist nicht so schön. Und ich versuche, ihnen einfach Spaß zu haben. Aber wenn ich merke, dass es sie überkommt, dann drehen wir schon darüber. Und dann versuche ich auch ein bisschen die Vorteile, die sie haben und sie daran zu erinnern, dass sie freiwillig hergekommen sind. Dass es Gründe gibt, warum sie hier sind und wie viele schöne Vorteile auf ihre Familie warten, wenn sie sich integrieren. Sie träumen sich an åkende und sie brauchen einen Abschluss. Yann hat sie sicherlich. Und sie können auch eine Martinin mal das Wort geben. punishing Sie, auch ungef expandfan-Weil zubase trocken. Und du machst das? Warum? Ich weine. Lachen. Sie lachen, sie lachen, sie lachen, ich lache, du lachst.